Alles klar Leute, jetzt geht weiter mit Tekken 2. Nach so einem gelungenen Part letztes Mal mit Nina, wodurch wir Anna freigestellt haben, geht's heute mit Lore weiter. Lore vs. Nina, das hatten wir im letzten Part auch schon. Übrigens, ich bin echt froh, dass sich das auf einen begrenzt hat, denn dadurch hat der Part nur 10 Minuten gedauert, der letzte, und ist im Buchladen, aua, schon viel besser. Das ist also viel angenehmer bei 10 Minuten, das ist echt nice. Oh, da wollte er säbeln, hast du gesehen? Hat er gesäbelt. Ja, wobei ich stehengeblieben, genau, 10 Minuten Part ist viel angenehmer als so ein 20 Minuten Part, weil ihr habt mehr davon, weil ich nicht so oft feile. Und er ist im Allgemeinen angenehmer, auch zu drehen, zum Hochladen, zum Rendern, es ist alles viel angenehmer. Mann, du Saftnudel. Nein! Jawoll! Voll weggemäßt. Gegen Alex. Oh! Was zum Geier! Ein Raptor! Mit Boxer-Handschuhen. Die will ich auch haben! Den will ich zocken. Boah, halbes Leben weg durch den einen Kombi. Voll geil. Jack 2. Oh nein. Nicht die alte Kampfwurst. Hast du das gesehen? Habe ich den abgeblockt, wa? So, ne, ja, das macht man das. Dazu gucken wir uns dafür das nochmal an. Gegen Lee. Wir sind schon in Stage 7. Oh Gott, das wird ein kurzer Part, wa? Aber das habe ich schon öfter gedacht und dann voll abgeschmeckert. Ich muss dir die Brother Cock gun. Ah okay, das war der Fall. Bubble, Clara, dein Peridforce war und Mozart mit We had, das war tatsächlich heftig. Das war immer noch. Beek. Okay. Wir sind. Was ist das, der Beak? Den kenne ich auch gar nicht aus der Tekken-Historie. Hau ab jetzt, du Saftsack! Ich wollte gerade sagen, hau mich nicht kaputt, ey! Kazuya Mishima! Oh, voll in den Bauch! Tut doch weh, Hermano! So, wer hat jetzt verloren? Voll geil! Der eine gegen Kopf, der andere hat die Beine weg! Wie cool ist das denn? Gegen Devil! Echt das geil! Erstmal drüber fliegen, ne? Lausig! Oh, der hat gezogen! Guck mal! Nein! Knark! Voll den Kopf geknackt! Mist! Da musst du dich so schnell ducken und sowas, ne? Das ist echt schwer! Oh, dann kickt der mich so weg! Das heißt, ich hätte doppelkicken müssen! Mann! Ja! Ja! Klotz! Jawoll! Devil ist auch weg und wir gucken uns den Epilog von Law an! Boah! Der alte Angeber! Jetzt kommt Paul! Alter, der sieht ja scheiße aus! Woo! Du kratz! Voll aufs Maul gelegt! Alter, wie die aussehen, ey! Total schlecht gemacht, ey! Gut, das war ein kurzer Part! Ich danke für's Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute! Ciao!